So, es ist soweit. Mein erstes Spiel für meinen neuen Verein. Wir haben nur ein Freundschaftsspiel, aber es ist das erste Spiel. Ich habe heute meine treuesten Supporter dabei. Schaut nicht nur Mods, sondern auch treueste Supporter beim Fußball. Schöner Eingang. Hier kann man immer sehen, wie viele die Leute gespielt haben. Hier sind wir. Nicht Antritt und heute neu fahren. Auf geht's. So, jetzt gibt es vielleicht noch mal eine Gelegenheit hier. Ja, komm. In die Mitte. Ach, unverfacht. Schade. Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt wird das. Und die nicht genutzte Chance wurde bestraft. Anschluss Treffer. Schade. Jetzt aber hier nicht leichtsinnig werden. So, jetzt Attacke. Attacke, komm. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. So, Konzentration jetzt. Ja, Rainer. Da mit minder Wurstel. Ein Wurf. Au. Jetzt ging aber in die dritte Etage. So, Freistoß. Oh, 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 oh. Ah, gibt's doch nicht. Das ist das denn die Möglichkeit. Hoffentlich wird das nicht noch bestraft. So, Halsschild bringt wieder in die Ecke rein. Diesmal aber die Ecke zum Glück, komm. Ja, der Ball ist noch im Strafraum. Was gibt das da hinten? Und jetzt ist er im Tor aus. Oh, 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 oh. Okay. Weg damit, weg damit, komm. Jetzt ist hier aber getumult. Was geht ab? Und ein Wurf. Ein Wurf jetzt hier, komm. Was ist das? Wenn's leer? Du darfst es auch wieder mitnehmen und waschen. Du darfst es auch wieder mitnehmen und waschen. Und Breintarbe leider nichts geworden. Geht da noch was? Nein, jetzt gerade nicht. Oh, boah. So 20 Minuten vor dem Spiel gibt's hier noch fast einen Ausgleich. Nach einer 2-0-Führung, das darf nicht meinen. Jawohl. Die Konzentration jetzt aber hier mal. So, jetzt hier aber außen. Hat hier mal. Kommt an. In die Mitte. Ah. Jetzt kommt. Ach, schade. Ist klaro. Schade. Schade. So, und Hatschi wieder mit der Ecke. Und die Reingabe. Oh. Oh. Schade. Geht da was? Geht da was? Ja, schön. So jetzt mal. Hatschi nicht an der Ecke. Oh. poort hat ihn. Hätte aber was hier hätten können. Ich war nicht sicher. Gut 10 Minuten vor Schluss. Karlsfeld drückt. Aber es ist ja nur einfach Unterschied. Also konzentriert bleiben und den Sieg nach Hause bringen. Oh Mann, komm ich mir so dumm vor. Kommentieren. Ich freue mich, dass man hört auch jedes Wort. Kann sich da nochmal eine Situation entwickeln? Ach, schade. Aber es ist noch da. Verknotet sich da hinten alles. Was passiert da? Ja, okay. Aber wieder okay. Ja. Wir müssen einfach mal draufschießen. Ja. Ah, schade. Ich gehörn auf mich. Ich fand es in der Schlussphase. Ja, aber komm, 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 komm. Komm, komm. Ach, Mann. Oh, oh, das wird jetzt aber gefährlich. Kommt sie noch dran? Kommt sie noch dran? Ja. Komm jetzt. Raus damit. So nicht. So nicht. Es wird ja nochmal richtig spannend in der Schlussphase. Ja, aber komm, 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 komm. Komm, komm. Deine Schuss. Jawohl. Ach, Mann. So, drauf da, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja. Irgendwie aufs Zor bringen. Irgendwie. Ja. Ne, so ist es schon wieder vorbei. Es ist zu lang. Es ist zu lang, wie es dauert. Ja. Jetzt steht da alles voll, jetzt haben sie den Bus geparkt da hinten. Endlich rein mit dem Ding. Ah, gute Chance. Nein. Nicht reingestría. Na ja. In. Michi. Michi aus. Komm. Komm. Auf da. Komm. 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 Beteiligen. Gefährlich, gefährlich. Boah, das hat aber Glück gehabt. Das Spiel ist rum. 2-1 Sieg. Ab wie kommt vom Feld? Hallo, guten Tag. Wieso haben Sie Ihre Chance nicht gemacht? Was soll denn das? Ich war zu schnell. Woran hat gelegen? Ich bin zu schnell in den Dauert reingemacht. Eieiei. Nicht denken.